Ja, willkommen zurück, liebe Leute. Tomb Raider Underworld ist angesagt. Und ja, genau. Das ist die Stelle, wo wir waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir langen müssen, aber... ...wenn die Framerate sich gefangen hat, dann springen wir doch einmal nach da rüben. Ja, wohl, again. So muss es sein. So gehört sich das. Ich glaube, also, ich habe die... ...die Vermutung, dass es hier ungefähr so ablaufen muss. Dass ich mich jetzt hier an den ranzigen... ...alder, soll ich jetzt auf den... ...auf den, auf den, auf den, auf den... ...holla... ...alder, was geht, ey. Ja, kribbel mir hier weg. Dankeschön. Zack. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video dann seht, aber ich sehe das hier, dass das hier ziemlich doll gerade mir auf den Sack geht. Aber sie kann auch da hoch. Das ist sehr schön. Ja, um die Ecke. Mhm. Was macht ihr da? Ja, nach da. Ja. Ja. Mhm. Genau. Hallo. Ja, also ich war ja, genau. Also wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann bin ich richtig sauer, weil ich keinen Bock habe, das alles normal zu machen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen rum hier. Was hier noch schönes jippt. Kann auch sein, dass das hier alles völlig der falsche Weg ist. Das würde ich diesem Spiel sogar zutrauen. Huch. Ja, okay. Jetzt sind wir hier. Was bringt uns das jetzt? Eigentlich nicht, oder? Das bringt uns... Gar... Nichts. Ich könnte da hinspringen, aber dann wüsste ich nicht, was ich da machen soll. Alter. Leute. Leute. Okay, gehen wir erstmal nochmal da rauf. Das kann ja erstmal nicht schaden, ne? Ja, ähm... Genau, also... Wie ihr seht, habe ich jetzt gerade schon wieder ein paar Probleme, ne, bei dem Spiel. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Hm. Wenn sich das... In Zukunft jetzt nicht so ändert. Also wenn... Das hier immer so ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Na klar, das liegt an mir, das ist schon klar. Aber wenn ich... Dann bringt das ja für mich nichts. Dann habe ich ja keinen Spaß in der ganzen Sache. Kann ich da rüber... Also mich interessiert, ob ich da rüber springen kann. Ne, also dann habe ich ja nicht wirklich Spaß in der Sache. Und für euch ist es wahrscheinlich auch langweilig, wenn ihr die ganze Zeit seht, wie ich hier fünf Stunden an der einen Stelle hier hocke und... Oh. Gut, jetzt haben wir... Sind wir hier. Gut, das haben wir jetzt geschafft. Ja, dann... Das bringt uns jetzt... Wenn wir ehrlich sind, aber nichts. Sei mal, die... Das ist verbockt. Irgendwas muss man doch machen können. Mit den Steinen. Ja, also... Ja, genau. Wo war ich? Wenn ich... Ja, wenn sich das hier nicht ändert, dann brecht das ganze Projekt ab. Dann macht das für mich keinen Sinn. Das macht für euch keinen Sinn, wenn ihr ehrlich seid oder wenn ich nicht ehrlich bin. Und ja. Und ich will jetzt hier nicht runtergehen, weil ich den ganzen Weg nicht normal gehen möchte. Cool. Cool, cool, cool. Ja, also, wie es gesagt... Leck mich. Jetzt ist zu spät, ja. Ne, ganz ehrlich, leck mich. Ich hab... Also, ich bin jetzt auch nicht so hochmotiviert jetzt hier dabei. Gerade. Weil mich das... Weil mich dieses... Ja, es regt mich... Also, es regt schon ein wenig ab, ja. Es ist jetzt schon nicht so der Spielspaß, den ich mir... Ja, komm, vielleicht nicht rum. Dass ich hier, äh, ne? Ich... Es ist ja blind. Das wisst ihr ja. Ich hab also keine Ahnung, was ich machen soll. Hier muss irgendwas rein. Ah, was soll denn da rein? Okay, gucken wir jetzt. Gucken wir jetzt ein bisschen rum. War ich hier letztes Mal schon mal? Ich weiß das nicht mehr. Am Arsch, Alter! Ja, ich war hier doch schon... Ach, ich hab keine Ahnung mehr. Ja, oh, jetzt hab ich einen Schatz. Ich... Also... Boah! What the fuck? Komm, Mädel, nerv mich. Nerv mich jetzt nicht. Ja, krieg dich wieder ein. Das war nur ein Schatz. Alter, leck mich. Ja, also, ähm... Der Wille ist jetzt grad nicht so richtig heftig dabei. Nein. Wieso kann ich sie denn verschieben? Warum sagt mir das denn? Am Arsch, Alter! Am Arsch, Alter! Krass. Ich muss jetzt einmal kurz einen Schluck trinken. Ich bin grad erst nach Hause gekommen. Ah! Sehr schön. Sehr schön. Und den Hampelmann machen wir jetzt auch nochmal hier. Komm, das kriegen wir jetzt hier. Näh, ich... So keinen Nerv mehr. Ah, ey. So keinen Nerv mehr auf die Scheiße. Dann nehmen wir jetzt auch den Weg mit dem geringsten Aufwand. Für die Folge jetzt erstmal. Da kommen wir her. Da hätten wir vor, rauf springen können. Ja, es gibt natürlich keinen Weg mit dem geringsten Aufwand. Leckt mich. Leckt mich einfach. So, 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 so. Warte, was hab ich nicht hier? Das hab ich vergessen. Wo... Wo dieser eine Aufweg war. Ich musste ja... Ich... Ich kam... Äh, warte, warte, ich hab... Ich hab's da. Ich... Da. Nicht die Wand. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich will wenigstens... Zu der Tür heute noch. Also, ich möchte da noch reinkommen. Ich meine, das... Kriegen wir schon noch hin. Willst du mich verarschen? Leck mich, alter, bitch. Kacke, Wurst, ey. Arschgeburt. Nee, nee, jetzt ehrlich. Also, wenn das jetzt irgendjemand sieht, der noch nicht bereit für solche... Ach, komm. Ist jetzt nicht schlimm. Aber... Alter, ey. Das regt einen richtig auf. Das regt einen einfach nur richtig... So richtig, wenn man dann so... Weißt du, und wenn man einmal was falsch gemacht hat? Einmal. Dann klappt gar nichts mehr. Wenn man sich einmal aufregt, das ist bei allen Spielen Lob. Sei es BF oder COD oder... Keine Ahnung. Wenn du einmal die Schnauze voll hast... Dann läuft es nicht mehr. Dann will nichts mehr funktionieren. Und ich befürchte, dass... Und wir... Wir kommen heute... Wir kommen heute nicht mehr mehr zu der Tür. Siehste? Ich mein... Ne, ganz ehrlich, Leute. Mir macht das Spiel... Ich habe ewig gesagt, es macht Spaß. Das weiß ich. Ich habe ewig gesagt, es macht Spaß. Es hat... Auch... Mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber... Sowas... Macht keinen Spaß. Und sowas wird irgendwie immer mehr. Es... Ich... 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 Kann es nicht mehr. Es klingt jetzt sehr, sehr, sehr seltsam. Aber ich habe... Da ich keinen Nerv mehr drauf... Die ganze Zeit hier... Finde ich auch ein bisschen ranzig, wie dieser sich diesen... Diese Röhrer da hoch fällt. Ja... Bist du dumm oder was? Du sollst... Alter... So, Kinder. So, Kinder. So, Kinder. So, Kinder. Jetzt habe ich so oft so Kinder gesagt. Ich werde dieses Spiel nicht mehr lange zocken. Das habe ich... Dazu habe ich mich jetzt nicht schlafen. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Ich werde das Spiel... Ich gebe dem Spiel noch... Zwei Folgen. Wenn ich innerhalb von zwei Folgen immer noch so angepisst bin... Mache ich es nicht mehr. Dann hat sich das erledigt. Dann mache ich was Neues, was Schönes. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu kacke. Das ist mir egal. Ich möchte Spaß beim Zocken haben. Das ist das Einzige, warum ich das hier mache. Spaß an der Sache. Und den habe ich nicht. Überhaupt nicht. Also... Dieses Spiel... Ich weiß ja nicht mal, ob ich mir dann... Das neue Tomb Raider... Kaufen soll. Es wird genauso. Aber ich denke, es macht vielleicht Spaß. Hä? Was soll man denn da machen? Ist die Scheiße oder was? Ganz ehrlich, hat die irgendwie... Oh! Die springt zwei Zentimeter dran vorbei. Das kann ich doch nicht beeinflussen. Leck mich am Arsch, Alter. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich mache aus. Diese kleine Wichserratte hier regt mich richtig auf, ey. Boah, ne. Tschüss.